Hallo Nation, Jürgen Klopp hat das heute enthüllt. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind. Zurück zum Thema. Am Samstag kehrte Jürgen Klopp zum Abschiedsspiel der beiden ehemaligen BVB-Spieler Jakob Blaschikowski und Lukas Piszczek ins Westfalenstadion zurück. Knapp vier Monate nach seinem freiwilligen Abschied vom FC Liverpool war Klopp nun wieder zurück in Dortmund, wo er zuvor zwischen 2008 und 2015 als Trainer tätig war. Ich vermisse nichts, sagte Klopp und freute sich stattdessen, dass die nächste Trainergeneration übernimmt. Klopps ehemaliger Schützling Nuri Sahin ist einer von ihnen. Nuri macht einen tollen Job. Wir reden relativ oft und was ist dann klar, verriet Klopp. Wenn Sahin seinen ehemaligen Trainer um Rat bittet, wird er ihn geben. Aber die Jungs machen schon alles selbst, stellte Klopp klar und stellte fest, manche Top-Trainer machen das nicht mehr lange und die nächste Generation ist schon da draußen. Ich stehe jederzeit gerne mit Rat, Unterstützung und Hilfe zur Verfügung, ich kann. Aber ich muss nicht Ihren Platz einnehmen. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.